Das durfte ja beim Kevin kein Problem sein. Du schaffst das schon alleine, da brauche ich niemanden anders zu. Ach stimmt, ich war da eben da, dass er explodiert ist. Haha, sicher nicht, dass ich es nie brauche. Ich meine, dieses Spiel ist wie Leben. Du arbeitest hart, du bist ehrlich und ein Cheat steckt in und schlägt dich ab. Das ist wirklich inappropriert und schrecklich. Wir haben hier ein riesiges Anwesen von allen Gelegenheiten, bereit zu kämpfen, wie die Romanen. Na dann. Hey, go, let's go. Jetzt bin ich, dass ich alles auf dem Fahrzeug gewählt habe. Ach, schade. Ich habe da eigentlich ein anderes Fahrzeug. Absolut, Carnage ist der Name für dieses Spiel. Wir werden hier ein paar breath-taking-momenten sehen, als die Leute kämpfen für Geld, bis sie sterben. Ich liebe es. Exterminate! Oh, Mawa. Jetzt einfach, scheiß Panzer. Oh man, ein Head-on-Crash. Ich bin weg. Jetzt einfach. Oh Got a tower now available you better get there fast Hey perfekte zu schießen aber ich habe noch glaube ich erwischt gerade an die vorbeigeflogen ich bin über diese scheiß karte noch geflogen ich war zu schnell so wir wollen jawohl ich auch aber ich glaube ich habe das wenn doch zwei mitgenommen mitgenommen so ach das ist nun scheiß fernrohr diese scheiß kann sich machen ich hatte könnte ja noch ein bisschen ich bin vierter ich glaube ich habe mich noch mit diesen mauern dazwischen da da kommen wenn du da dann in hast du das ich habe einen fehler am anfang gemacht dritter ich bin am anfang runter gesprungen das war mein fehler aber habe schon mal die hälfte des lebens gekostet ich glaube ich habe mich erwischt steve war das dein eigenes fahrzeug ich habe keinen arrenafahrzeug bei mir war es das arena na 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017